Und eine Herzlich Willkommen bei Landwirtschaft Simulator 2015 und wieder mal dabei ist der Smoker. Ich hab da was vergisst. Kleine Zippe. So, weg ist er. Hä, wer ist weg? Hä? Hm, ich bin genau hinter dir. Tjo. Also nicht, nicht gesehen und so, ne? Ja. Es kann sein, dass vielleicht irgendwie der Helfer da irgendwie wieder mal ein bisschen geschlafen wird. Ja. Ja. Weil... Aber jetzt sieht's aus wie ein Henkel von Kaffeetassen. Mit viel Fantasie. Hä? Na klar, ich komm, ich komm zu dir und trink mal. Ah. Ja. Hm, klar. Ich bin ein paar Stunden bei dir. Du kommst auf Ideen. Und derzeit ist der Kaffee hier schon sehr kalt. Na, auch wenn ich mich beeile, ist es kalt. Hm, wie schnell soll ich da vorne? Also... Auch wenn ich mit Falk, Speed, der Durchrad war... Dauert das immer noch. Okay. Ja. Hm, da fahren auch nicht viele hier rum. Es ist bei mir zumindest. Oh, ich bin ja gleich voll. Oh, oh. Müsste eigentlich jetzt wird's? Umdrehen. Äh, drehe ich mich mal um hier. Ähm. Ähm. Ein Klaas gibt's auch, ich weiß nicht, äh, ob's ein Mähdrescher... Ah, ich weiß jetzt schon. Ich muss jetzt noch mal nachschauen. Also ich sie nicht sagen. Ähm. Ähm. Warte, ich kann ja noch ein kleines Zippelchen abschneiden. Naja, was heißt intensiv? Wenn man nur mal so guckt, was es heute Neues gibt und so. Ja. Was es überhaupt gibt? Was für morgen? Wie ist das? Ja. Auch wenn du nicht in Speyer... Es... Äh. Als wenn's... Lass dich einfach um Essen verraschen. So fertig. Ja. Wenn ich's ja nicht sagen soll, dann sagen ich's nicht. Ja, das ist auch schon. Ewig, ja. Mehr weißt du nicht. Ach, das war schön. Was? Hm. Ach, Herr Wolle. Naja, ja, ja, das kann ich auch sagen, sozusagen, gut, ich war zwar noch nicht verheiratet, so, ja, so, wo fang ich ihn an, fang ich ja best nie rein, da, 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 habe ich mal jue hecht. Hm. Ja, das ist dann schwierig, ja. Äh, weiß nicht. Meister. Das stimmt. Da höre ich gerade nicht, woher ich denn da... Meister? Huh. Meister? Na gut, da kann es wenigstens immer sein durchs Plein. Äh, da fährt einer weg. Das ist doch das. Der hat nicht gebremst. Der ist noch nicht gebremst. Der ist noch nicht gebremst. Oh, wo hegt es? Ja, warum fährst du nicht selber dahin? Oh, Leute. Nee, da... Wo ist hier was denn? Da oben. Das hättest du selber. Okay. Wie wär's denn nochmal... Hm. Da ausreden. Da hättest du noch ein bisschen Ehrsagen können, ne? Ja. Boah, soll ich hier befragen oder so? Leute, 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 Leute. So, jetzt haben... Jetzt haben wir das. Päd 80 ist fertig. In Tärnten auch bald. Du... Bisschen einparken. Ja. Hm. Oh, passt schon. Hier ist schön. Hm, das passt zu Koffeine hier. Äh... Wärmer sehen. Wärmer sehen. Wärmer sehen. Mal gucken mal, wir haben da schon wieder viel Geschäfte heute hier. Naja. Tja. Naja, bald sieht's wohl alles besser. Halt. Halt. Hm. Ja. Ja. Kann man auch mehr schaffen, mehr erreichen. Na gut, wir haben jetzt ja auch Schweinezucht. Aber wir haben's noch nicht bekommen. Und, äh, Schweinezucht. Äh, ja gut. Äh, wenn ich das jetzt sage, dann weiß es ja weiter. Äh. Äh, sorry. Aber, hm. Ich darf's nicht sagen. Aber ich denke mal, ihr müsst es ja eh schon... ...was der Herr Spook, ob er da nicht hören will. Äh, das kann ich dir nicht sagen. Äh, weißt du dann... Ja, da weißt du es und... ...und... ...und... Äh, ne... Äh... 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 ...ja, weißt du so, Alice Hips und da so, äh... ...die Schweine da, weißt du wie... Äh... ...da, da... ...die der... ...ja... ...die kannst du züchten. Und... ...ja, so und... ...und... ...ja, und... ...und... ...weißt du auch was da... Äh... ...ja, irgendwie sowas, ja. So und... ...und... 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 ...ja... ...und... ...ja... ...weißt du wie, so. Ja, da krieste Kälte und so. Ja, aber laut, laut, wie es hier ist heute, ja, ne, Schlacht auch richtig heißen und so, damit dann jeder weiß, hier, dass es dann, ach, ja, ich weiß das für jeden. Ja, hätte ich auch gern, ja. Mhh, das schmeckt. Ey, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, oder so, krieg ich Hunger. Oh, ja. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Leucht, ja, man müsste es mal probieren. Mhh, das wäre vielleicht auch ein Maßnahme. Ja, schwierig. Mhh. Hast es ja wieder nicht. Ja, guck mal, da fährt schon mal da einer vor mir hier, der kommt immer näher. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe auch. Weicht der aus? Weicht der aus? Oh, oh, es wird immer näher, es wird immer näher, ooooh. Ne. Aber zum Glück fahre ich Glückwärts. Zum Glück. Ich suche mir mal was anderes. Meinst du? Warum? Echt? Leider, leider, der macht Sachen. Das, keine Ahnung. Das, keine Ahnung. Tschüss.